Moin liebe Zuschauer, let's play the forest. Es geht in eine neue Runde, wo wir wieder versuchen, die Bekloppten uns vom Leib zu reißen. Es sind wieder so viele hier. Ich schieße einfach mal wild auf die mit allem, was wir noch so haben. Viel ist es leider nicht. So, die haben wir getroffen. Den da hinten leider noch nicht. So, da fackeln, da kommen schon wieder die Nächsten. So, getroffen. Ah, der rennt weg. Hinten kommen schon wieder die Nächsten. Und da ist es alle. Wir haben keine Munition mehr dafür. So, wir müssen die mal anzünden und runter. Das ist ja eine ganz gute Kampfachse. Hinten kommen schon wieder die Nächsten. Alter. Das wird heute das Massaker überhaupt, glaube ich. Wir gehen mal runter. Versuchen nochmal unser Glück da unten. Ich hoffe, dass er jetzt gleich für die richtige Achse in der Hand hat und die auch brennt. Natürlich nicht. Die sehen ja aus hier, ne? Das sind, glaube ich, neue Texturen. Lass mich in Ruhe. Schon wieder die nächste Coke. Ich weiß gar nicht, wir können ja nicht so viel Coke trinken in der Zeit. Ja, genau. Wir haben echt dazugewonnen in den Kampfskills. Wir haben nix mehr an der Rüstung. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, das sich zurückzuziehen. Die Zeit ist gekommen. Wir versuchen noch ein paar hier wegzusammeln, weil das ist ja alles Rüstung. Dann machen wir gleich mal eine volle Knochenrüstung und vor allem auch Fackeln. Die haben uns komplett, wirklich komplett. Wir haben bestimmt 20 oder so an Rüstungsvorrat plus, also den, den wir an hatten, plus die... Der hier ist verschwunden, ne? Weil hier war ja auch einer, aber der scheint verschwunden zu sein. Ja, fünf. Für das Leben kriegt man knapp anderthalb bis zwei Rüstungen. Also wir werden uns, wir kriegen uns wieder voll equippen mit diesem ganzen Haufen hier. Ja, wenn wir keine Mutanten haben, dann kriegen wir riesen Gruppen an Einheimische. Den nehmen wir auch mal mit. Hier kann man auch mal schnell ein bisschen reparieren, bevor damit alles kaputt gemacht wird. Hier fehlte noch einer. Das bringt zwar nicht viel in die Richtung zuzumachen. Weil das ist ja immer noch offen. Ja, leider schade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir es heute schaffen. Vor allem auch an diesem Wochenende schaffen. Wir sind immer noch nicht so richtig weit vorangekommen. Wir machen mal die Tür zu. Wir machen mal ein kleines Lagerfeuer hier. Ich weiß gar nicht. Reicht das nicht mit so einem? Können wir den nicht einfach nutzen, um alle anzuzünden? Alle mit einem. Ja, schönes Feuer, ne? Aber ich glaube es reicht nicht, um alle anzuzünden. Oder brennen alle? Ich weiß es nicht. Ja, schönes Lagerfeuer hier. Das warten wir jetzt aber natürlich ab. Denn wir brauchen ein paar Schädel für Lampen. Wir brauchen ein paar Knochen für Rüstung. Hier rundherum können wir ein bisschen sammeln. So, alle Achtung. Hat funktioniert. Alle haben gebrannt mit einem. So, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Oh, war eigentlich noch zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. So. Erkippen. Erkippen. Nehmen wir schon mal wieder ein bisschen was. Man kann auch irgendwie, wie ich mal sagen, lassen Knochenpfeile machen. Aber ich weiß nicht genau wie. Muss man normale Pfeile nehmen und dann noch Knochen dazu, oder was? Wir brauchen auf jeden Fall auch mehr Pfeile. Wie viel Federn haben wir noch? 40. Das ist nicht so schlecht. 1, 2, 3. Noch mal wieder. 1, 2, 3. Zack, zack. Knochen bringt nicht viel, ne? Anrüstung. Immerhin besser ist nix. Sollen wir wieder eine Aufrüstungsfolge machen? Wird mal schnell hier. Belängst und rechten Fackel hinsetzen. Sollen wir mal schnell hier. Belängst und rechten Fackel hinsetzen. Und hier auch. Wie viel neben? 2, 3 ungefähr. So. Dann kriegen wir nämlich auch langsam ein bisschen Licht hier in unsere Erweiterung. Nervt ja sonst, wenn es immer alles komplett dunkel ist. So. Ist das noch hier? Seid ihr schon wieder weg gespawnt, ne? Die sind immer viel zu schnell weg. Es nervt immer ein bisschen. So. Hunger. Schuburige sind wir so voll equipt, dass wir uns davon ruhig mal einen Gang können. Gönnen können. Exklusives haben wir eins, hätten wir auch eins runterschmeißen können, ne? Vielleicht. in die Menge. So. Mach mal hier zu. Ich will mal hier mal wieder ein bisschen Schnapp sammeln. Wir haben eine neue Aufnahme und dann heißt es, hier liegt alles voll mit Schnaps. Sollen wir das auch mal mitnehmen? Stecker, ja klar. Es ist für so immer so viele hier. Steine brauchen wir massig. Can't carry animal rocks. Gut, dann sind wir voll mit Steinen. Aber wir gehen jetzt den Weg wieder, ne? Wir gucken mal hier oben, was hier los ist. Immer ein bisschen sicherer. Jetzt haben wir direkt durch die Tür gehen. Wir sind nämlich nicht voll equipt. Oh, ne. Da hinten im Wald sind immer noch welche. An der Opferstelle. Die ist sehr beliebt. Bestimmt ist die sehr beliebt. Ich hätte nämlich gerne noch irgendwie versucht, noch einen Turm Richtung Opferstelle zu kriegen. Dass wir nochmal einen weiter bauen und nochmal eine schöne Brücke in die Richtung bauen. Aber das schaffen wir ja nie. Können wir von hier oben auch Lurche jagen. Einer läuft da. So ein ganz weißer läuft da. Das sind glaube ich irgendwie die Kings. Also den weißen Anzug anhaben oder sich weiß mit weißer Farbe angemalt haben. Sie laufen weg. Also wir müssen da hinten auf jeden Fall dicht kriegen. Und das andere kann man dann immer noch sehen. Wir können so Not auch Holz von irgendwo anders her holen. Aber ich muss sagen von hier schafft man es einfach nicht. Da müsste hinten auch noch ein bisschen Holz im Wald liegen. Zwei Schädel haben wir noch. Also wir können noch eine Fackel mehr bauen. Vorne zum Beispiel glaube ich haben wir auch noch keine. Und dann wird es schon wieder dunkel. Oh und da läuft schon wieder ein Trupp von fünf, sechs Leuten. Dann ist das. Also seid ihr nicht ganz dicht. Schnell runter. Runter habe ich gesagt. Oder vielleicht doch lieber hoch. Soll das eine Warnung sein. Hier haben wir nämlich auch noch keine. Oder wir brauchen mehr Pfeilen ne. Wir werden einige sagen. Ja du brauchst auf jeden Fall mehr Pfeilen. Dann bauen wir mehr Pfeilen. So und hier kommt die nächste. So dann haben wir auch keine mehr. Hier liegt da noch einer rum. Guck mal da kommen sie alle angerannt. Scheiße. Auf deutsch gesagt. So mit Einzelnen würde es ja aufnehmen ne. Aber nicht mehr mit so einer ganzen Mannschaft. Dafür sind wir einfach viel zu low equipped. Da wir aber noch nicht schlafen können. Würde ich sagen. Gehen wir mal nach oben und kämpfen von hier oben. Versuchen und hoffen dass die uns noch nicht den Turm anreißen. Wir aber mit unseren. Feuerpfeilen da ein paar weg bekommen. Da haben wir wieder ein bisschen Schnabbes. Dass wir die letzten Pfeile die wir hier noch so haben auch. Zu Brandpfeilen verarbeiten können. Ist auch schon ein bisschen schöner geworden ne mit dem Licht. Die lauerten da richtig förmlich. Jetzt rennen sie weg. Jetzt haben sie die Lampen angemacht. Da halt wieder bei der Opferstelle. Also wenn das kein Anziehungspunkt ist ne. Aber es ist klar. Hat eigentlich auch nichts anderes gewartet als dass die bei der Opferstelle sowieso die ganze Zeit rumhocken. Das ist noch zu dunkel da hinten. Wir sehen es. Hier vorne haben wir jetzt ein ganz bisschen Licht. Aber es ist wirklich nur minimal. Ach ne. Hier. 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 Auf Kontrolle die Nerven sind weiß ich auch nicht mehr als keine Ahnungspunkt. Seht etwas über den Exklusives. Da gibt es schon noch was lang wird. speedcraft group können wir den dann auch irgendwie besser machen den hammer kein speed aber super damage und super block kompass die richtung ist norden was auch leuchtet schön bei nacht noch nie benutzt wir gehen ans flugzeug glaube ich und füllen unser getränke vorher wieder auf wir haben so viel verbraucht jetzt durch die kämpfe dass wir da nicht mehr ganz so gut gerade vor sind doch immer doch hier runter heute würde ich auch sagen haben wir heute wieder genug gekämpft ich danke euch fürs zuschauen wir machen morgen weiter ich wünsche euch noch einen schönen rest freitag abend müsste eigentlich freilag kommen die folge oder nee das ist samstag schon wieder ja ich bin ja schon wieder am vor aufnehmen ich glaube es ist samstag ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen rest samstag und ja bis zur nächsten folge tschüss